Ich wohne in Nordmünster und wünsche mir von der NDR 1 Welle Nord für meinen Lebensgefährten von Roger Wittecke mein Herz ist ein scharfes Schwert. Von wem wünschen Sie sich was? Von Roger Wittecke. Mein Abschied ist ein schweres Scharf. Nein, nicht schweres Scharf. Abschied ist ein scharfer Schwert. Nochmal. Also ganz einfach. Mein Abschied, ich wünsche mir von der NDR 1 Welle Nord für meinen Lebensgefährten von Roger Wittecke mein Abschied ist ein schweres Scharf. Scharf. Nein, ich schlage das einfach mal auf und dann brauchen Sie jetzt nur noch von Roger Wittecke Abschied ist ein scharfes Schwert. Abschied ist ein von Wittecke. Oh, jetzt ganz langsam. Sie wünschen sich von? Von Roger Wittecke das Lied Abschied ist ein schweres Schwert. Nein, ein scharfes Schwert. So und jetzt nochmal. Abschied ist ein scharfes Schwert. Abschied ist ein scharfes Schwert. Oh Gott nein. Das war ein schweres Schwert. Amen.